Los! Hallihallo, liebes YouTube! Willkommen auf dem Live-Horror-Gedöns von mit der Trollin. Die ist nämlich total fett... Ich bin eine Lady! Fett... eingese... äh... Vorbereitet... Ich bin eine Lady-Dinge! Ja, mit ihren Balls of Steel. Geht's erst mal Nüsse knacken. Ovaries of Steel. Ich guck nicht in den Spiegel. Gar nicht mal so ansatzweise aus Versehen. Wo müssen wir hin? Ich vergesse halt immer... Haben wir einen Schlüssel? Ich verdringe das alles immer so. Wir haben keinen Schlüssel, das heißt, wir müssen jetzt wieder so lange am Haus rumrennen, bis etwas Fürchterliches passiert. So, da kommt ihr jetzt! Grüße aus Leipzig! Was? Grüße aus Leipzig? Schön, ich kann aber jetzt... Ich muss doch jetzt streamen. Ja, Malto kommt wohl aus Leipzig. Oder ist da gerade und grüßt von da. Oh, warte, ich muss mal kurz mit dem New Hackinator reden. Der schreibt, Baume, du hast mich mit deinem Warhammer 40k LP für das Warhammer 40k-Universum begeistert. Kannst du mir ein Buch empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Das nennt sich Ravener. Die Trollin kann ja schon mal weiterlaufen und den ganzen gruseligen Scheiß machen. Ich gehe derweil immer kurz vom Bildschirm weg. Und mache ein bisschen Werbung. Jo, moin! Du Arsch! Ah, für mein Lieblingsuniversum. So sieht das gute Stück aus, warte Held. Hä? Warum hat's gerade geruckelt? Das ist falsch rum, aber das musst du kaufen. Das ist mega dick und super geil. So. Und jetzt geht's wieder weiter. Ich bitte darum. Mann. Will ich alles alleine machen. Mehr solche Pausen, das ist total toll. Und gibt der Trollin ja nix. Und bei mir ruckelt das Spiel. Das ist nicht gut. Hab ich jetzt gerade eigentlich schon Danke gesagt? Oh Gott, ich... Sag nochmal Danke. Ich sag auch Danke. Oh, mein Lieb. Danke mal, Tor. Danke alle fürs Dasein und Supporten. Ja. Ja. Ihr seht... Voll die Sadisten. Ihr seht das gerne, hä? Ihr seid doch eigentlich nicht normal. Ich kann's verstehen. Ich guck mir auch voll gerne an, wie Leute bei solchen Spielen leiden. Mhm. Ach, wir leiden doch gar nicht. Das... Boah, das ist doch... Als der Hund gebellt hat, das war mir doch scheißegal. Ich bin doch so ein guter Schauspieler. Okay. Ich guck mal zur Vogelscheuche. Ich finde, da sollte man hin und wieder hinschauen. Okay, das reicht. Finste. Was? Is Tee R'Eron Wolf. Du hast einen sehr ulkigen Namen. Willkommen in der Runde. Vielen Dank für deinen Follow. Und der Beardsnap, der ist nur freundlich gemeint. Das ist ja alles schon gut und so, aber was müssen wir... Nääääääääääääääääääääääääääää. Vapiss dich, du Scheißhure. Oh, neiiiin! Oh, das wird dir gefallen. Oh, fucking shit. Was ist los? Wo muss ich hin? Ich glaube, du weißt es. Du weißt es schon. Nein. Doch. Muss ich zum Clown? Ja, ganz genau. Okay, ich bin raus. Keine Sorge. Der Clown ist nicht da. Ich nehme mir mal den Schlüssel. Shit. Jetzt will ich auch nicht mehr. Iron Tiger, vielen Dank für deinen Follow. Den konnte ich fast nicht... Den habe ich fast vergessen. Du willst mich... Du lachst noch, ey. Ich lache noch. Noch lache ich. Tronel, kannst du Bücher empfehlen? Nein, gerade nicht. Die von King-Bücher sind alle scheiße. Oh Gott. Ich wollte doch nicht hysterisch lachen. Das passt gar nicht zu mir. Oh mein Gott. Gott. Das ist... Das ist einfach so nicht richtig. Das ist so nicht... Oh nee. Wir finden doch den bestimmt jetzt. Oh Gott, ey. Oh Gott. Wo zur Hölle kann der sein? Ich glaube, wir müssen den suchen. Oh Gott, ey. Ich will den nicht suchen. Wo passt dieser... Ich will mit dem gar nichts am Hut. Warum klingelt hier immer das verdammte Telefon? Was, bei dir klingelt es? Das macht es bei mir gerade. Okay, bei dir ist das Spiel mittlerweile echt anders als bei mir. Oh. Fake Arnold, vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen. Ich hoffe, wir sehen uns jetzt jeden Montag. Wenn ich das hier überlebe. Okay, Pflanzenzimmer. Oh, was? 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 Okay. 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 Also ich weiß, hast du die Tür gefunden? Ich habe die Tür gefunden. Für den Schlüssel? Ja, ich habe die Tür für den Schlüssel gefunden. Warte mal, ist das hier meine Maus? Oh nein, ich kann aus dem Spiel rausklicken. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Was ist denn das? Oh nein. Sorry, Leute. Ich glaube, ich muss danach, wenn wir mit dem Tag durch sind, mal das Spiel neu starten. Macht nix. Nee, jetzt geht es wieder. Warum geht es denn hier schon wieder so viel weiter? Bist du bei der Glastür, ja? Hast du es? Ja, ich bin da schon durch. So, gut. Waren wir hier schon mal? Ich werde gerade mit der Technik zu kämpfen. Nee, hier waren wir noch gar nicht. Hä? Ist das denn... Oh, so arschviele Bilder. Oh, ein Treppen. Wo ist dieser verfickte Clown hin? Hast du ihn? Hast du ihn gefunden? Ich habe die nächste Tür gefunden. War ich hier nicht schon mal? Ich habe immer bei ihm gehupt. Ich war immer ein netter Clowns-Freund. Ich habe auch die... Jetzt, was kommt denn so eine Musik? Ernsthaft? Ich habe Schlüsse gefunden, nur um noch eine Abkürzung freizuschalten. Fuck, ja, ich habe sie auch. Ich gehe einfach mal geradeaus weiter. Naja, irgendwas schaut mich an. Irgendetwas schaut mich an. So, wo ist der Clown? Ich gucke mal, ob der jetzt wieder da ist. Weil sonst... Ich gucke erst mal ins Schachzimmer. Ich will das nicht mehr spielen. Jedes Mal, wenn du Clown sagst, dann verliere ich 10% meines Lebenswillens. In-game oder in-echt? Fuck, wo war dieser Absteck? In-echt natürlich, du Spacko. Es tut mir leid. Aber ich muss meine Ängste laut aussprechen, um mir gegenüber zu treten. Ich will meinen Ängsten nicht gegenüber treten. Ich will, dass die sich verpissen und mich in Ruhe lassen. Irgendwas bewegt sich hier im Haus. Oh, er sagt, irgendwas bewegt sich hier im Haus. Oh, Trollin, guck doch mal bei dir in den Chat. Guck mal, wie die dich alle unterstützen. Du musst Kraft schöpfen. Fuck, jetzt klingelt das Telefon. Ja, ich warte. Lass mich hier wieder raus. Das ist das Psychobat. Das will er nie sein. Was ist denn das? Oh nein. Der ist doch jetzt bestimmt in unserem Schlafzimmer, oder? Toll, jetzt hat er den Spruch zu spät gebracht, ey. Nee, also bei uns auf dem Bett im Zimmer oder so sitzt er nicht. Oh Gott, du guckst doch eigentlich an den unheimlichsten Stellen nach. Ich guck mal zur Vogelscheuche. Okay, ich guck nur von ganz weiten. Die sieht noch so aus wie früher. Psst, irgendwas schon wieder Psst gemacht. Och, jetzt ist der Typ am schweren Atmen. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Irgendwas bewegt sich hier im Haus. Hat er bei mir auch vorhin gesagt. Weißt du was, ich drehe mich jetzt mal einfach um. Okay, die Clownspuppe ist nicht hinter mir. Sehr gut. Das hätte mich jetzt nämlich dezent getötet. Hat man die Tür hier nicht aufgemacht? Nein, hat man nicht. Ich weiß nichts mehr, ja. Ja, so lange rumrennen, bis uns der Clown findet. Ja, ich gehe mal nochmal durch den neuen Abschnitt. Wer verschließt denn hier alle Zimmer so sorgfältig in diesem Haus? Der Clown. Wahrscheinlich, ja. In der Stream sieht man jetzt gar nichts, was ich mache. Da ist das Aufräumkommando. Oh, ey. Fick die Hände. Aber das... Oh, ich bin so am Zittern. Oh, hier ging auch die Treppe noch hoch. Waren wir da schon? Ist da Licht an? Ist das von mir? Ist das eine Kerze? Oh, jetzt ist es aus? Oh, oh. Äh? Ich habe den Zettel gefunden. Was, du hast den Zettel gefunden? Hier war gerade ein Licht? Oh, Mann. Wo hast du den Zettel gefunden? Bitte sag es mir. Da, wo es durchging, geht eine Treppe hoch. Die Treppe ganz hoch am Ende des Ganges. Was? Da, wo es durchging? Hier geht es überall durch. Ich habe da, wo ein Schlüssel gepasst hat. Und ich weiß doch auch nicht. Oh, Trollen. Ich will nicht mehr. Am Ende des Gangs. Okay, ich sprinte hier durchs Haus. Woh, 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 Woh. Ganz, ganz oben? Oder wie? Ja. Trollen, du schaffst das. Glaub an dich. Keine Panik, wenn er hinter dir auftaucht. Hier ist kein Zettel am Ende des Gangs. Ach, du meinst, in dem neuen... Natürlich ist da einer. In dem ganz neuen Bereich. Ja. Oh Gott, ey. Ich bin hier natürlich total falsch. Oh, hashtag Trollenknudel. Ja. Wo ging es denn hier nochmal lang? Verfrickelte Scheibes. Doch, hier drüben die Tür war es. Das war unser Shortcut. Am Ende des... Hier geht eine Treppe hoch. Ja, das ist ein... Da, wo die ganzen Bilder sind, oder wie? Alter, wo ist die Treppe hin? Hier. Okay, ich hab den Zettel... Okay, ich hab den Zettel gefunden. Ich hab den Zettel gefunden. Ich hab den Zettel gefunden. Okay. Okay, Moment, dann lauf ich wieder hin. Ah, hoffentlich passiert unterwegs nix. Ich lauf durch Dunkel. Dann sieht mich keiner. So, Zettel. Auf die Plätze. Fertig. Zettel. Linda dachte, sie hätte gestern Nacht seltsame Lichter von draußen gesehen. Aber ich glaube, es war nur der Leuchtturm von der Küste. Oh Gott. Ja, natürlich war das der Leuchtturm. Ich hab ja auch nicht gerade eben ein Licht hinter der Glastür gesehen. Tag 16. Alter, ich brauch ne Pause. Jetzt hab ich Bock auf DubFX, ja. 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 Liebe YouTuber, vielen Dank für eure Toleranz. Yay. Ich kann's euch nur ans Herz legen. Guckt euch beide Videos gleichzeitig an. Das ist viel besser als so. Wenn ihr zwei Monitore habt, viel Spaß. Macht eins aus, also mute, dit das. Und wir sehen uns dann am nächsten Tag. Ja, ja. Ja, ja. Tschüss. Oh Mann.